Oh Gott Leute, nein ey. Rennt die mir immer noch hinterher? Ich glaub einer war da noch. Oh scheiße ich glaub ich hab da ein Farmgebäude übersehen. Scheiß drauf. Aber da ist auch nix oder? Ich glaub ich seh schon die Ruine da oben. Oder? Na ich werd nicht mehr verfolgt. Gott. Was gibt's denn nicht? Hab ich jetzt echt in jedem Magazin nur vier Schuss drin? Das ist ja mal voll bescheiden ey. Ich muss echt neue Munition dafür finden. Ansonsten renne ich am Ende noch mit der Axt rum. Das möchte ich möglichst vermeiden ey. Zwar kannst du dich damit gut verteidigen aber... Ja. Voll komisch. Ich glaub ich erinnere mich äh in den letzten fünf Parts irgendwann mal gesagt zu haben äh... dass das eigentlich ein Let's Play Together werden soll. Aber der Flo hat Probleme mit DayZ. Ich werd den wahrscheinlich demnächst mal besuchen kommen. mir diese Sache mal anschaue. Und versuchen seinen Fehler zu beheben damit das wirklich ein Let's Play Together wird. auch wenn er grad sehr viele Projekte macht. Also komischerweise hat. Mit Blacklight, äh Orchester oder wie das Spiel heißt. Und so weiter. Aber, hm. Schau mal mal. Es wird ja keine Angst Leute. Okay. Da ist nix. Habe ich voll getäuscht was da eine Urine ist. Was denn ist da hinten? Was ist das? Na 100 oder? Na 100. Ist da irgendwo ein Jägerstand? Ah Jägerstand. Ich wusste es. Und hier ist nix leider. Ist das ne Hütte? Muss ich aber jetzt mit Zombies rechnen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich nebenbei keine Map offen, wo die Spawnpunkte stehen. Die Lootpunkte. Und zwar aus gutem Grund, ich will nicht äh... Ich will das praktisch blind machen. Also jetzt nicht blind, ich kenn das schon, aber... Scheiße. Ah, den Einschuss hätte ich vielleicht noch so. Oh Leute, jetzt habe ich nur einen Schuss dran. Kann ich aber nicht mehr nachladen. So schießt man Zombies übern Haufen. So jetzt habe ich wieder sieben Schuss. WTF? Komm, Sniper, Sniper. Ich bin ein Sniper. Was sind das? Leere Dinger? Und? Wir können da achten. Und wahrscheinlich zieht hier Z-Munition. Nein, Lee Enfield, ne? Okay, das geht klar. Naja, nehmen wir das mal mit. Was hat es nix da? gleich mal weiter ich dürfte die richtung ne Teufelschloss, da muss ich nur auf ne Hütte, ne Hütte, da sind bestimmt Zombies Alter, ich hab nen Getränkeverbrauch, ne? Flüssigkeitsverbrauch krass, da wird bestimmt nix dran außer Zombies Na, einer Zwei Zombies Ja, ich freu mich schon drauf, da rauf zu gehen aber ein paar Jägerstände würde ich auch gern finden weil da können ganz gute Waffen spawnen also jetzt nicht die ultimativen wie beim Helicrash oder so aber dennoch ganz gute was könnte das bauen, ne? M120 oder ich weiß nicht DMR kann glaube ich A da auftauchen das sieht man bestimmt alles mit der Zeit bei mir im Let's Play ich werde es vielleicht jetzt nicht unbedingt versuchen ein Heli zusammen zu bauen wenn ich alleine bin, aber wird ja schauer, dass ich euch recht viel zeigen kann wenn ich ein Auto finde cruisen wir mal ein bisschen durch Cernerus Ah ja, wenn ich grad schon Cernerus erwähne ähm, wenn ihr wollt, dass ich eine andere Version von Daisy spiele äh, sei es Daisy Plus oder ich hab keine Ahnung wie die ganzen Maps heißen dann schreibt mir halt einfach in die Kommentare ich schau mir das an und dann werde ich mal schauer wie sich das realisieren lässt also ob ich das ja gleich mach ob ich erstmal ein, zwei Leute suche die mit mir zusammen dann zocken na, schauen wir mal aber es wird ja ich werde es ganz bestimmt ausprobieren das verspreche ich euch aber, ja nicht zwingend sofort kann mal sein, dass ich ein, zwei Folgen das noch nett mache aber ich mein ich möchte euch ja auch das Bestmöglichste bieten oh, was haben wir denn hier? AKM Munition nehmen wir einfach alles mit Pfeil oder ein Bolzen ist mal da CZ oder Lianfield? Lianfield Ach, scheiße Warte mal, kann man das ablegen? warte mal warte mal, kann man das ablegen? und es regnet wie es gestern geregnet hat das war abnormal komm ich aus der arbeit raus ein höhlen sturm ey hab ich mir ja gedacht ich mach gleich mal überstunden na komm her wut wut komm her, komm her, komm her, komm her, komm her Arschloch nicht sterben ey ist doch langweilig wenn du stirbst ich meine, die Türme wollte ich noch nein ist man da auch nein? ist doch bestimmt irgendwo nein, oder? da nicht, da nicht da nicht ok, sieht schlecht aus ok, sieht schlecht aus ich bringe erstmal zum Gerüst an in da komm schon Papa braucht ne bessere Waffe oder irgendwas zu trinken das ist nix ah nix nix warum zur Hölle bin ich da näher gekommen? heilige mutter komm mal her komm mal her, oder was? was sind das für ein Scheiß? mhm ne nix cooles second round slugs jetzt für mich verarschen da muss es doch mal gehen ist doch das teufelsschloss und ein jagdmesser fangkiller bengalfeuer und verband leere dosen was zu trinken warte mal bin ich nicht vorne an dem see vorbei gelaufen shit das war nicht clever von mir ich habe eigentlich noch sechs stück was sind das? pfeil zwölfe bände nix weiter komm guck mal zum teufelsschloss und da ist nix da ist ja voll teufelig ok bin aus der richtung glaube ich gekommen guck mal das irgendwo ist hier eine straße da vorne nehme ich mal an ja genau ok der volk der volk aber es geht in die selbe richtung erstmal wie da ok dann müsste ich jetzt genau rechts entlang ok zombie jagd eh schuss 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 aber jetzt wechselts wieder das ist ja komisch ey haha da ist sie halt ne aber ansonsten ein geiles spiel irgendwie nur würde ich mir wünschen dass es zu regnen aufhört da ist irgendwo ein jagdstand irgendwo ein jagdstand irgendwo ein jagdstand ich weiß ich lauf den blöder hier durch die gegend aber ja mach mir da jetzt nicht so viel gedanken drüber wenn ich sterbe dann sterbe ich ich bin nicht so der typ der drüber abkotzt sei denn ich hab übelstes geile zeug das ist halt cheater trobo komm schoooon zeig mir was du hast bald oh ja ich habe immer nur dieselben bäume ich muss echt eine neue map probieren irgendwas mit der wüste oder so richtig was neues es lichtet sich ein bisschen nicht nur der regen denn ein paar bäume weniger ja wo laufe ich grad scheiße lebelle oder was das war mich jetzt schreck ja komm schon noch mal hinne hier bewegt einen fetten hindern